Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Morgan Zerkum von Infrakta und das ist mein üblicher Vorspann bei Videos zu spielen, die in Deutschland mit USK 18 bewertet wurden oder vielleicht noch zusätzlich indiziert. Das ist Debt, Debt, ich fürchte dich auszusprechendes Wort, auf jeden Fall, das wurde in Deutschland mit USK 18 bewertet, nicht indiziert und dementsprechend weise ich darauf hin, dass das Video, das direkt jetzt anfangen wird, zu dem Spiel, Szenen zeigen wir, die nicht geeignet sind für Kinderaugen oder eben auch für Menschen, die empfindlich sind, weil hier werden es zu einem sehr blutigen Ring zwischen Schatztauchern und Haien kommen, da ist sehr viel Blut im Wasser. Ich will gewarnt haben. Bis gleich im Video. Also weiße Haie, also Magmaier hat gesagt, das wäre der Beste. De Marco ist de schnellste, de weiße Haie hält am meisten aus, de Tigerhai ist so ein Mittelding irgendwo, de Bulle hält auch ultra viel aus, das Aso-Tankteil und der Thrasher kann mit seiner Spannsfloss noch zuschlagen, das ist glaube ich so, so Riff high ist das. Ich nehme mal, ich nehme halt Mako erstmal, ne? Der Halt hat am wenigsten aus, ist der Beste, aber am schnellsten, schon mal viel Schaden. Viel Schaden, aha. Sozusagen der, der, die Klairst-Kernung hier. Boine, ach ja. Wahnsinnig. Ich habe immer mitgegen, was für ein Maps ist. Ingedunkel, so wie ich das sehe. Wobei teuer ist das Spiel, glaube ich nicht, gell? 5 Euro momentan. 5 Euro momentan schon. Ich lasse mich eh prätschlauen. Du bist ja leicht zu haben. Das ist richtig. Erzählt mir der größte Oportunist hier im Klaren. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich bin das Oberflitsche. Oh, Gold. Boah, vergiss mir denn, dass es auch deine Aufgabe ist, einen Sektor zu sichern. Franchiere quasi so. Durchbrüche machen. Alter. Na, schnappt das einer, dann hätte ich nicht. Alter Schwede. Ich war so faszinierend, dass ich durch diese komische Decke durchflitzen konnte. Ja, ja, das ist, aber das kommt. Am Anfang hatte ich da auch gesitzt, so. Also eigentlich nicht. Eigentlich war ich gut von der ersten Runde an den Schwestern. Das Spiel, das lief mir irgendwie. Wer war das? Willkommen auf YouTube, würde ich nur sagen. Ah, ich muss mich wieder aufladen lassen, ne? Ah, guck mal, ich hab Monty erwischt. Ah, oh, sehr klar. Da schwimmen so Robbebabys rum, die sind Lilla umrandet. Wo? Die muss ich in die Klasse. Ach, da. Gib da alles, die ich wieder aufladen, aber dann hast du noch nicht. Ach so, ich muss die Maus auch noch hin und her machen, Alter. Wie kompliziert. Ja, ja, du musst die Maus hin und her schütteln, sonst klappt doch nix. So wie geil, ey. Jasmin, hast du gute Gesichtposition? Prof, was machst du? Ja. Ich hab mich geheilt. Okay. Und ich hab Gold aufgesammelt. Hinter dir. Sorry. Komm rum, ich schieß reißig. Nicht vor der Türe aufhalle. Nicht vor der Türe aufhalle. Ich bin tot, ne? Ah, das hat nicht funktioniert. Ich war zu optimistisch. Und die Wand stand dann vor mir. Denk immer dran, du bist ein seit Jahrmillionen ausgeprägter Räuber der Tiefsee. Du bist dann ein weiter Vallee. Komme. Hallo. Ich bin doch wieder tot. Ah, ich bin nicht, ich krieg das nicht hin. Ich bin hängen geblieben, ne? Am Roboter. Stimmt. Töne. Also als Tauchreiß ist einfach, ich finde, äh. Bin still? Ja, irgendwie schon. Weil dieses rumrütteln wie eine Maus, das habe ich nicht getroffen. Alle, wir sehen uns bestimmt morgen. Piiiit. Bis denn. Ciao, ciao. Das kannst du nicht sehen. Ich habe drei Moe vorbeigeschnappt. Jasmin. Wie bist du gefälligst, bitte? Tief bewegt sich. Da ist ein Hai. Hinter euch, hinter euch. Oh, ist krass. Schön, schön. Ich bin aber jetzt nochmal drei Moe vorbeigeschwungen. Jetzt, jetzt vorsichtig. Ja. Ja, da ist ich gerade. Kommt, Jungs. Monty. Komm. Komm. Gut, ich war eh schon mega beschädigt. Du hast mir auch Motty erwischt. Ich habe einen Dreh. Hey, du bist ver... Ja, ich bin getorben, aber trotzdem Motty wir erwischt. Ich bin so schlecht. Oh, mich hat man erwischt. Du, Tep, du hast schon überhaupt keine Gesundheit, Micah. Geh nicht doch mal heile. Naja, sonst schwimme ich weg und jetzt höte ich mich wegschwimme. Lieber doch noch so. Sieht echt geil aus, mein Heichen hier. Unterschiedliche Höhe, unterschiedliche Ecke. Ja, ich habe euch hier zum Beispiel gar nicht gesehen. Jetzt überlebt raus und kommt. Yay. Alter, ich verreck jetzt. Ich werde bluten. Ich gehe weiter. Jo. Ah, das war ja voll daneben. Alter. Ich denke, es ist halt immer witzig, wie die Gedärme da raushängen bei der Leiche. Aber klappt das doch. Alter, was mache ich denn? Wieso macht der der... Ich muss nachladen. Ich schaffe immer nur einen zu töten. Ich schaffe es immer nur einen zu töten. Das ist so ätzig. Automatische Waffen, Freunde. Automatische Waffen. Meinst du Sturmgewehr oder Ampipiengewehr? Egal. Automatisch. Bei mir, bei mir. Du warst zu weit weg. Du warst zu weit weg und dann konnte ich... Hilf hat der aber. Erste Hälpe, Karsten steht. Ich bin gerade alleine neben Monty ist da. Mal zum Monty. Kannst du den Zinn lassen? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, die haben ja schon geile Waffen hier. Koralle? Ja, alle gaben die Maschine gehören im X-Tone. Ey, das ist schwer, was ist das mit der komische Waffe, ey? Koralle? Der Ders ist ja an und weit, vorsichtig. Aber irgendwie finde ich, dass es viel zu wenig Waffen gibt. Vorsicht! Die haben jetzt... Boah! Ihr könnt jetzt Blutungen reißen mit ihren Zähnen. Es geht übrigens weiter. Ja. Oh, ich hab's überlebt. Oh, ich hab's überlebt. Ah, ist tief. Oh, ich hab's überlebt. Kann man manuell nachladen? Ja, wie immer. Ja, er wie immer hilft mir als Nichtschul. Jetzt noch ein bisschen überschlebt. Ich hab's überlebt. Die ist okay für die Taurer. Es gibt auch dunklere Maps, wo du quasi mit dem Hai übelst und vor der bin ich, weil du sie einfach ständig von hinten her irgendwie uffrichst. Oh, hängen geblieben! Heiße! Ah, komm her, ich hab noch so lange Schrot für dich. Gelackt hast du, glaube ich. Ganz gleich. Alter, bei diesem Maschinengewehr hast du auch keine Chance, ey. Ich hab mir jetzt ne große Apune gekauft, aber... Ich fasse schon nix. Die schießt zu langsam, du brauchst halt echt Sturmgewehr oder sowas. Ne, das hatte ich, aber ich hab mir jetzt halt große Schlosses... Ach, Kills gemacht, ey. Eieieieieiei... Pfff... Shit. Ich wum...